einen wunderschönen guten tag zu einer neuen runde golf it hier auf dem tt kanal mit dalu maru anne kapuze tauta und alex hallo ich habe eigentlich noch einen brennenden ball ich bin nicht gut durch das spiel ich lag leider scheiße den kriegst du durch spiel ja ich habe eigentlich einen brennenden ball dass ich später verbrennt weil sie brennt aber funktioniert weil die eingebaut wurde für ihn Ja, der Kapuze auch. Das ist der Kapuze-Wurm und nicht der Mützen-Wurm. Was ist das hier für ein humpeliges Scheiße? Humpelig. 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 Komm mal, Anne. Schaust du zu, Anne? Ja, ich schau zu. Wir schauen dir jetzt alle zu, Kapuze. Das war nicht so gut. Anne. Das schneide ich. Das muss ich rausschneiden, ey. Der ist ja Standard-Weiß. Kapuze, das muss ich rausschneiden. Das war nicht so schlecht, das muss alle kommen so nix rausschneiden. Was für ein Ding? Solid. Gay? Oh, ich seh ne Abkürzung, oder? Ja, ich seh die auch ne Abkürzung. Ich seh ne Abkürzung, ey. Oh shit. Ja, das war gut. Das war gut. Hat fast zwei geschafft. Ach, geil. Die Schläge der anderen sollten erst abgespielt werden, so wenn man selber aufgeschlagen hat. Damit man nicht sieht, wo die anderen hergeschlagen haben. Jeder kann so seinen Schlag so machen und dann wird alle sozusagen den Schlag ausgeführt, damit passiert das erst. Dann wird gleichzeitig geschossen. Du schlägst halt Füste gegen den Baum, es passiert nix. Erst wenn alle das gemacht haben, dann geht es halt los. Hunden passieren meistens. Ja, witzig. Das hat man doch schon mal, da muss man oben drüber, ne? Da muss er unten durch, ey. Jawoll! Oh Gott, so nicht. So nicht. Yes! Hole in one! Nee, gar nicht wahr. Scheiße! Nein! No! Läuft! Halt stehen bleiben! Stehen bleiben! Halt stehen bleiben! Na gut. Ich konnte flitschen, ich war nie gut am flitschen. Ich hab da was gesehen. Kein Problem. Du seh'n nämlich voll an Froggern mit diesem Baumstämmen Wasser. Was hast du da? Geh' mal, geht doch mal ruf. Richtig schlecht wahrscheinlich. Ich hab' ne zwei. Ich hab' ne drei. Das ist ja ne Bugay. Ne, ne zwei ist äh, I am Birdy. Das ist so, komm was dabei. Okay. Wo geh'n wir hin? Du musst über das Wheel. Was ist'n das? Du musst schon nicht. Du musst halt rein spielen und Glück haben. Du musst in das Wasserrad spielen, dass du einen Platz bekommen. Ja. Ne, muss mir das. Ey, 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 ey. Wieso leckt denn das so? Wieso leckt denn das so? Leckt bei dir Alex. Räng dich davor. Alter, was war das denn? Ich freu' über den Weg ab. Es ist wie so'n awkward Drehtürmoment, wo man sich noch mit rein quetscht in die Drehtür. Aber hier werdet ihr kaum spielen für Golf ist der Krabs auf einmal da. Hallo. Hey Krabs. Guten Tag. Ich bin grad noch in der Runde. Mhm. Spielt er denn noch eine? Nein. Nein. Können mal gehen und falsch spielen. Ja, wenn der Krabs dann mitspielt, als Profi, muss ich noch eine spielen. Oh! Knaller. Ich hab' dieses Spiel mit der Drehtür noch im Kopf. Mit der was? Mit der Drehtür. Was? No way. Was? No way. Dado Pachinko Profi. Ich hab' nichts berührt. Ich hab' keinen einzigen Nagel berührt. Ich hab' keinen einzigen Nagel berührt. Ich hab' keinen einzigen Nagel berührt. Pachinko Profi. Ja, der hat bestimmt geübt heimlich. Nein! Doch! Nein! Oh, Anne. Ey, das war eine der einfachsten One-Rams, die wir hier gespielt haben. Holy shit, ey. Das war nice. Das muss man schon sagen. Ach, komm! Ich bin nicht gute Pachinko. Nein, 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 nein. Doch, oder? Ja. Guck mal, Anne, ich brenne jetzt. Ich spiele verbrannt. Hört sich mehr. Oh, Alex, das hätte auch andersrum ausgehen können. Hier werde ich kurz jetzt Spiele gemacht, glaube ich. Genauso wie bei Anne hätte das ausgehen können. Ja, so schaffst du's nicht, Maru. Weiß. Du musst eigentlich nur ganz... Also, Anne muss eigentlich nur nach oben, sodass sie ganz knapp an die Kante kommt. So mit ganz wenig Speed. Nee, Maru. Nein, ich meinte, Maru sollte so nicht. Das war zu wenig! Zu wenig! Zu wenig! Zu wenig! Das war zu weit links. Mach mal rechts am Loch vorbei. Ich geh mal rechts am Loch vorbei. Zu wenig! Zu wenig! Das ist doch echt! Nein! Das ist doch zu wenig! Das ist wieder so eine Punktesammel, man! Ja, kaputt! Boah! 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 Det White! Правide ich allerdings auch nicht richtig aufs Loch spielen, colonial! quite in need! Mit richtig Speed? Die fliegt nach rechts. Mit dem richtigen Speed heißt du dich nicht mit... ...ade vaiht. Du hast das richtig gern verpasst. Du könntest jetzt leicht über die Bande eventuell links. Das funktioniert nicht. Wenn ich es zu leicht mache, dann komm ich nicht hoch. Wenn du es zu leicht machst, kommst du nicht hoch. Das war zu fest. Das hast du sehr gut gemacht, Anne. Die Spinne hat meinen... Wo ist denn das Loch? Keine Ahnung. Das war nicht so gut. Ja, natürlich liege ich vor der Lampe. Warum ist das schlechter, wo du bist? Du kommst halt nicht mit Hull und Worn rein. Oh shit. Kommst du nicht? Du musst halt das Rohr in das Rad spielen und dann wird es runtergerollt ins Loch. Ach komm. Oh Gott, das... Nicht das drehende Rad, sondern du musst halt da in ein anderes Rad, was auf dem Boden liegt reinrollen. Ja, so wie Kapuze es jetzt gemacht hat. Ich muss doch Glück haben. Aber wenn du da oben nicht reinkommst, ist es scheiße. Oh Alex! Das sagt ja der bei dir. Das war ne Skillige. Ja, ja, ja. Direkt runter, Alex zum Loch. Jawoi. Scheiße. Wir sind noch neben Flump. Anne, lecker Mädchen. Oh Alex. Das war ja klar, Alex. Das Problem ist, ich darf nicht auf das drehende Rad kommen, weil dann werde ich weggeschleudert. Anne. Ich führe dein Händchen wieder, Anne. Spürst du es? Und jetzt lass dich gleiten. Lass es du. Anne, spürst du es? Lass es zu, Anne. Hast du es gemerkt, Anne? Sehr schön. Wahnsinn. Lass es passieren. Lass es zu, Anne. Was soll ich mal das? Wann das mit einem Schlag schaffen? Ah! Hat der der Boden noch? Ah! Was? Ja, der Kotel ist gesprungen. Der Boden atmet. Oh Gott, das war dumm. Der Boden atmet. Warum bin ich jetzt runter? Kunde. Toll. Jetzt schlag doch du den Boden. Ja, alle klar. Das hat's geschafft. Wow! Naja. Blindes Huhn findet man ja gut. Ja, aber das blinde Huhn trifft gar nicht. Nicht zu irgenhaft sein. Nein, 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 nein! Alter, das sieht voll eklig aus mit dem Boden irgendwie. Aber es ist cool, dass das überhaupt geht. Ja. Der Boden, ja. Das sieht eklig aus. Eine Monster-Map. Maro, was ist denn da los? Warum hast du dich zurückgetroffen? Maro! Ach, jetzt aber einmal. Ich kann sich schräglich nicht treffen. Ich hab' keiner, wie ich spielen muss. Bisschen oberhalb aufs Loch ziehen und nicht schütteln. Nee, du spielst ja allgemein viel zu stark. Ja. Der hat zu viel Kraft, der Maro. Bisschen oberhalb des Loch. Maro ist aber nicht so deutlich. Ach nee, das war recht der Ball halt. Das war erst so ganz wenig bewegt. Der hat bestimmt nicht ganz wenig bewegt. Das war doch gut. Das war ganz wenig, ey. Und Abschlag. Und andere Seite. Ja, jetzt ist er aber drin. Ja, okay. Weg mit dem Ball. Weg damit. Den wollen wir hier nicht. Ohhhh. Schön umbunden doch. Komm, der Tolle ist mit 12. Das ist jetzt die volle Auswahl. Kannst du auf beide spielen. Rechts. Ohhhh. Er ist der Österreicher, der kennst du in eine Richtung. Kapuze ist gar nicht so schlecht dran. Ach, ich bin in der Mitte. Ich bin 35. Ja, dafür, dass du das Spiel gerade erst gekauft hast, ist das ziemlich gut. Machst du das, Münz? Ach, das ist nee, der Tricky. Die Röhre, die da oben. Ja, aber wie kommst du da vernünftig hin? Ja, einer macht den Trick. Du sprichst drüber. Bietet die Experimental eigentlich? Ja, wir spielen Golf It. Ja, die Experimental Version, oder? Nee, noch eine Version. Nee, noch eine Version. Nein! Versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. Wo bin ich denn jetzt? Wo muss man hin? Da, wo muss man hin? Du musst da am Anfang auf der Höhe bleiben, damit du rein... Du musst auf der Höhe bleiben, Anne. Ey, dann! Rund dran! Los! Komm! Rund dran! Nein! Schau mal, hier ist der Rampel. Guckst du? Ach so. Genau, da. Nein! Und wieder runter, Kapuze. Immer auf der Höhe bleiben, Anne. Warum setzt du dich zurück, Kapuze? Weil ich da rein wirklich... Ach! Ja, aber auf der anderen Seite... Nee, Kapuze liegt da jetzt richtig gut. Jetzt überwand den Kapuze mit Schmacken. Ja, mach jetzt! Ich hätte Angst. Mach doch schon, ich habe jetzt... Goos, Anne! Jaaaa! Das ist ein richtig weiter Weg, Kapuze. Naja, also ich war eben zu leicht durch das Loch. Hopp! Ich bin fast rausgeflogen. Parallel ins Loch. Ah, Anne! Wie... Hä? Hä? Wie ist der da oben rumgekommen? 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 Nee, doch. Das ist aber... Na, Alex. Richtig, du bist am Anfang rechts. Autor ist die Salzkacke. Ja, genau. So, ich hätte da links spielen müssen. Verdammt. Ach! Wo gehen wir hin? Oh Gott, das ist die Falltür. Oh, ne. Scheiße. Hallo. Hallo. Jaaa! Hallo, hat dir das gut, ne? Warte, muss man da runter oder muss man da drüber? Da runter muss man. Wo ist das Loch? Ich will oben liegen bleiben. Wo ist denn das Loch überhaupt? Nein! Bleib liegen, bleib liegen. Da drüben. Da drüben. Boah, wie soll man das denn schaffen? Da wird dann rüber... Nein! So, wo kommt mein... Ja, perfekt. So, der Fidget Spinner hat mich ins Wasser gehauen. Wie muss ich denn... Ist die Falltür gut oder schlecht? Also, ich würde nicht durchfallen. Ja, die ist echt schlecht. Der Fidget Spinner bleibt liegen. Leg dich... Spiel links dran vorbei, Anne. Aber so, dass du halt oben liegen bleibst. Aua! Aua! Wenn du weißt, was ich mache. Ja, genau, genau. Und jetzt musst du da drüben zu dem Fidget Spinner spielen. Ah, okay. Yes. Oh shit. It's my map. I love it. It's a very good map. It's much fun. I would pay a million dollars for it. Ja, das war doch gut. Jetzt auf die andere Seite rüber zur Rampe und dann... Auf das Holz... Auf das Brett spielen. Links rüber fliegen. Nee, gar nicht auf das Brett. Direkt rüber. Direkt links an die Rampen. Ja, schön kannst du da auch mal. Ja, man muss ja, wenn du hier rein spielst. Komm! Ja, Mann! Loll! Loll! Genau, super gut. Das hat er jetzt nicht gemacht, ey. Doch! Oh, haut auf! Ja, hallo, von mir ist man... Ja, natürlich spring! Oh! Ich glaube, dass da hinten ist das falsche Loch, oder? Nee, nee, das ist das richtige Loch, oder? Das ist nicht so schlagend wie ich, dann kommst du da nicht an. Oh! Oh, ich bin ins Wasser. Tja, Dalu. Du willst auch ins Wasser? Ja, ich will auch ins Wasser. Und jetzt fahre ich den Speed nicht weg. Und so wieder. Oh, come on! Das hat nichts mit Glück zu tun, dass es können. Du musst dir also rausnehmen. Du darfst ja nicht mal zu feste schlagen, weil du ja sonst die Rampe gar nicht... Ja, das hat was mit Glück zu tun. Geil! Ach, das hat nichts mit Glück zu tun! Das hat nur mit Glück zu tun. Du darfst ja jetzt über das Loch drüber! Ich liebe das Spiel! Ja? Ich wäre der linke Blinddauer an deiner Stelle. Das ist alles mit Glück! Das hat... Also das war... Da Kunda konsistent gut spielt, ist das glaube ich kein Glück mehr. Anhalten! Anhalten ist Glück! Ich weiß, nein, die Person geht aus dem Ding raus. Genau so, ne? Der Scheißhaufen... Oh, der Scheißhaufen ist aber wieder rausgekommen. Ja, okay. Der Kapuze ist doch schon im Loch. Na klar! Bin immer da! Ja, ja. Oft auch auf Gehwegen. Ah, Kunran. Wer ist rausgeflogen? Warte mal. Der Autor ist rausgeflogen. Der Autor ist rausgeflogen. Welcher war der richtige Weg? Die Mama hat geschimpft, der musste gehen. Warum richtig? Ach so, dass er wirklich gehen musste. Ah, easiest map of my life. Nein, das war... Ich hab den schlechtesten Weg hier. Ja, haben wir gesehen. Ciao, ciao. Dann bist du eh weg, ne? Weil du ja eh los musstest. Ja, ich komm wahrscheinlich eh nicht mehr rein, oder? Richtig. Ja, dann bin ich weg, ja. Alles klar, dann dir noch einen schönen Sonntag. Danke. Euch auf den Spaß. Tschüss. 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 Ja. Ah, Kunran. Ja, ja, ja. Hallo, schau mal zu. Das hier war halt Lack jetzt. Wie du es nicht schaffst jetzt. Ich mach das jetzt für die zweite Runde, die ich mach. Ah, jetzt. Oh. Ich geh jetzt schneller runter. Warum? Ich hab das nicht getroffen. Oh, ich geh noch schlechter raus. Noch schlechter. Was ne Drecks. Oh, Anne auch. Was denn? Ich hab auf der anderen Seite gelandet, ich armer Kerl, ey. Ja, und jetzt hab ich auch noch hier so ein Drehding, oder was? Ja, nee, du musst das Drehding als Bande benutzen. Also einfach nur in die Mitte spielen und wieder runterspielen, dann schaffst du es nicht. Ja, das geht aber nicht so, wie du da rauskommst gerade. Du machst das jetzt. Du machst das jetzt. Get away. Jetzt. Jetzt. Einspiel. Nicht ganz so fest, Anne. Very good, Alex. Very good. Nicht ganz so fest, Anne. Und Anne hat auch einen Zeitpunkt, wo es geht, dass du direkt... Ja, Anne hat auch einen Zeitpunkt. Bei mir wäre es, wenn die drei hellgrünen Kästchen gekreuzt werden. Alle. Das ist fast. So die drei hellgrünen Kästchen. Es liegt aber gut, ihr schafft ja das. Alle, soll ich dich führen oder geht? Ich weiß, was du meinst, aber... Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das dreht sich ja bei uns nicht gleich. Du musst nur die Mitte als Bande benutzen, nicht das Drehding irgendwie mitnehmen. Ach, du kannst das Drehding mitnehmen. Wenn es nach unten rechts auf 17 Uhr ist oder so. Ja, 4 Uhr. Dann kannst du ja gegen die Bande spielen. Ja, oder so. War grad auf 17 Uhr. Und jetzt. So, ich hab's immer gespielt als es auf... Als es offen war, als du die Mitte spielst. Und 17 Uhr ist Feierabend. Random map. Das stimmt. Wo geht man rein? Kann man nach oben, oder? Also hier war, glaub ich, die Regel 1 vorbei war schlecht. Da komm ich schon an den Booster an und dann boostet der nicht genug. Was denn das passiert? Irgendwas hab ich falsch gemacht. Ach so. Was zählt der oder was? Ich spring durch die ganzen Ecken und mit Speed durchdurch. Der Booster ist zu stark. Nein! Okay fester. Also ich war zu stark geboostet worden. Der Booster ist ja überhaupt nicht vorhanden. Ich bin durch die Looping durchgesprungen, ohne in die Looping zu fahren. Wo geh ich grad hin? Wo bin ich? Ist das Ziel da oben drauf? Nee, ne? Nee, du kommst einfach... Ich weiß nicht mal, wo ich hinwoll. Ich... Ich... Immer dem Weg folgen. Nun? Warte! Wo geh ich grad hin? Oh, komm! Irgendwann. Wie gibt's denn eine Rampe? Ist die gut oder schlecht? Die solltest du nicht nehmen, Alex. Die Rampe ist für den Hasen, äh, für den Schildkrötenweg. Hä? Was heißt das? Du hast ja zwei Wege gehabt, du legst sogar rechts rum. Ja, und? Die Rampe gehört zu dem anderen Weg. Du musst grad aus weiter. So. Kapuzen jetzt rechts rum, also da wo der Pfeil ist. Genau. Ah, da... Ah, da... Wo ist andere denn da? Ah, das ist der Schildkröten. Vor dem Loch ist aber noch eine... Keine Ahnung. Da muss er aufpassen. Du glaubst nicht direkt aufs Loch spielen, Kapuze. Echt? Die ploppen nur immer raus. Bin ich hier richtig überhaupt? Aber ich hab will. Ich hab will. Das war halt eine Lüge. Da muss ich mir nie anlügen. Na, der kommt jetzt runter, der muss jetzt raum spielen. Genau, aber das wird zu fest. Du musst auf der Rampe liegen, Alex. Du musst die Schildkröte, Anna. Langsam, jetzt. Weil die gehen nach oben, Anna. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Mit Gefühl. Wobei, jetzt sieht es schlecht aus. Hä? Das ist ja voll schwer. Jetzt nehmen wir auch einen Hasenweg. Slowly. Ich hab überhaupt nicht gerafft, wo ich hier los war. Ich hab auch mal nichts versuchten. Da hab ich immer runtergefallen. Die ganze Zeit. Das Boot ist nicht das Loch, oder? Wo gehen wir hin? Wir haben noch einen Booster? Ja. Wisst ihr was? Einversuch machen wir. Die schnellste Kacke der Welt, ey. Das ist das Loch. Spie die Sheet? Wo bin ich denn jetzt? Ist das richtig? Tolle Pulle! Bin ich hier richtig, Leute? Ja. Ich hab so viel... Ich wurde überfahren! Fahre, nein! Und dann? Wir müssen auf das Boot kommen. Au! Ach da! Die Frage ist, ist der Weg bei Kapuze besser, oder ist der anders? Das ist nicht besser. Nein, ich komm mal. Einmal mal vier Schläge verkackt. Komm mal da rüber? Muss ich jetzt erstmal gucken. Ach, ich mach den Weg da, ich hab eh keine Chance. Doch! Oh nein! Oh Gott, ich bin nicht befahren. Besser so als anders. Anne, stark schießen oder nicht? Anne? Ja, doch. So wie ich gerade. Anne kennst du. Jetzt hab ich stark geschossen, schau wo ich bin. Ich hab gesagt stark, ich hab gesagt so wie ich gerade. Ja, das war... Oh, da ist keine Bande. Äh. Fuckin. Schön, Alex. Der war zu schwach. Der war zu schwach. Sieht aber auch schon drauf mit dem Boot. Nein, das war schon wieder zu fest. Ne, war es nicht. Nein. Da kommt man nicht rüber. Warum kommt man denn da nicht rüber? Scheiß. Gell! Hä? Kapuze fährt einfach wieder zum Glück im Start. Ja, ich fahr einfach. Ich geh hoch. Oh, nice Kapuze. Nein, aber Jones nennt man ihn. Eigentlich nennt er sich nur selbst so. Ja, ich... Ich hab den Special Weg versucht. Der kann wirklich nichts da. Der kann nichts da. Der kann nichts da. Nein, der kann... Ja, der kann nicht. Was da? Tja. Ihr alle mit dem BoBoweg. Da wird der Golfplatz wieder schimpfen, wenn du so viele Bälle verschießt, Kunde rein. Alle mit dem Boho-Weg, das kann ja jeder. Also außer Maru. 102, was? Entschuldigung, Maru. Ich kann kein Golf spielen, deswegen ist das nicht so schlimm. Ja, ich auch nicht. Was ist hier denn? Dann solltest du gar nicht spielen. Ich hab das nicht bekommen. Oh, wie geil ich mich da durchgeloogt hab. Ja, er sagte, sale the look. Boah, das ist so viel Rennungsscheiß hier. Die Licht von mir wieder mal. Unglaublich. Und das verstehe ich jetzt wieder nicht. Jetzt haben wir hier eine Stelle, die unbeschreiblich schwer ist. Ja, lackable. Eine sehr unverständliche Stelle, ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Kann man hier liegen bleiben? Wahrscheinlich nicht. Ich hab die Falschtaste gedrückt. Das wird ewig dauern. Ich hänge auf der Rampe. Geil. Oh toll, ich hab nur noch den Einschlag, Alex. Random. Alex, jetzt... Ich bin drin. Ja, das war echt random. Was ist das denn drin hier? Eine Buse für dich. Wollen wir... Ja, ja, ist eh vorbei. Komm mal an den Schatz noch kurz rein. Warte, warte. Was war das denn jetzt? Ich war... Fast. Guck mal, ich lieg auch schön. Wäre da ein Hole in One drin gewesen? Nein. Nein, nein. Hat dir überhaupt jemand geschafft? Ich hab zwölf geschafft. Okay, du bist der Einzige jetzt geschafft. Ander hat auch noch die Chance, oder? Ja. Ja. Ich hab die Falsche Taste gedrückt gerade. Ich hab die falsche Taste gedrückt gerade. Aha, ich bin ja... Was hat sie ja geschafft? Wollen wir, du hast doch gerade nur zwölf gehabt, oder? Das fällt, Maro. Ja, aber wenn du den zwölften Schlag nicht schaffst, kriegst du 14. Alter, der Donut ist zwar cool, aber ich komm nicht rein. Ach, das war der für zwölfte. Okay. Ja. Nehm ich lieber noch einen Preperschlag, sonst schaff ich das eh nicht. Oh Gott, das war so dumm von mir. Nein. Kann man auch direkt ins Ziel da recht? Wahrscheinlich. Nein. Ah. Nein. Ich probier's das auch. Hüpple! So. Ne, es geht nicht. Du weich, du! Warum soll ich darauf zufahren? Da steht dead. Du weißt ein dead end, weil du da nicht hin sollst. Eben dead, sondern dead end. Also die Ameise. Die dead end? Die dead end? Die Ameise. Tote Ameise. Schau mal, wo ich bin. Oh no. Ist das dead end? Hallo. Anna, wie soll das gehen? Nein. Wie soll denn das gehen? Ja, unmöglich. Nein. Genau so Capuzzo musst du das machen. Nein, aber das ist ja nicht von da wo ich war. Eine der schwersten Strecken überhaupt. Mit Schwackes. Das ist ein unlösbares Rätsel seit 10 Jahren. Einfach R drinnen. Ein Fall für die X-Fall. Das wird jetzt gar nichts. Jetzt guck mal wie schlecht das ist. Capuzzo volle Power einfach. bla, ja, ho, la. åh, oh, oh, oh. Oh ja vorbei. Und die hat tolle Power. Na da lacht sie, gell? Ja, dann lachen wir. Ja, ja, aber wer... Da hab ich den geputzt, ich wollte noch einmal holen. Aber hier flieg ich raus. Hier schaff ich das schaff ich nicht. Das ist meine Map. Ja, ich weiß nicht, was da oben was bewegt. Hä, was ist jetzt... Achso, ich hatte... Oh doch, ich hab's geschafft. Ich schaff vorhin ein Won, glaub ich. Hä, ich kann nicht schlagen! Na eben, ich kann auch nicht schlagen gerade. Und dann ist es so wenig nur gewesen. Hä? Okay, ich hab irgendwas... Aber das ist nicht komisch, auf dem wir gerade... Oben ist ne Decke, ne? Die immer raus... Ja, ja. Wie würde Alex sagen, random. Ja, Kapuze, nimm dieselbe Raffelgefahr, um wieder zurück zu gehen. Das ist... Ja. Oh mein Gott. Komm raus, du Affe! Kapuze, lass uns das nicht gefallen. Wer hat das gesagt? Lass uns nicht mit dir reden, Kapuze. Wer hat das gesagt? Nein. Ich muss die machen. Ich kann das nicht... Was hast du Alex gesagt, alle? Dann darf ich, kann ich nicht wiederholen. Dann müssen wir zweimal biebsen. Alex, ich traur dich. Ich hab nix gesagt. Alex? Nix. Ne gute 132. Wo ist denn jetzt hier? Wo müssen wir überhaupt hin? Nein, ich hab schon wieder R gedrückt, nein! Du musst über die Bande rüber, und dann musst du da vorbei. Du musst auf der Spicer oder oben, Anne. Ich hab schon wieder R gedrückt. Genau, jetzt musst du am besten einfach zurückschicken. Okay, Anne, du musst einfach nur da rechts runter. Nimm nicht links die Bande einfach rechts runter. Ja, genau, das war's. Befremdst du? Hier? Yeah. Ich hab schon wieder R gedrückt. Das ging ja mega schnell. Ich hab wieder R gedrückt, weil ich bei Coonline immer nachladen möchte. Runter? Ja, links runter. Coonline, das ist der Random Factor. Das ist mein Random Factor, ja. Ich hab einen Schuss verballert, ich brauch nachladen hier. Aber jetzt hat Kapuze mich doch noch überholt wieder. Anne kommt zu mir. Sind doch nur Zwischlinge. Ah, schade. Mach ich ja. Weil ich war bei einer Bahn, war ich besser als hier alle. Ja, gut, dass ich... Ja, unverdient gewonnen, wenn man so die letzte Bahn nicht schaffte. Ich hab mich ja nur zurückgesetzt, damit ich hier nochmal was angucken konnte. Das war gar nichts. Ich würde einfach sagen, unter 100 war wieder mal drin. Also unter 100 sollte man schon haben. Wenn es euch gefallen hat, ich lasse gerne ein Like da. Morgen um 20 Uhr gibt's das nächste Video auf dem TT-Kanal. Bis dahin. Haut rein. Tschüss! Tschüss. Bis zum nächsten Mal.